ja und damit zeitgegrüßt und in zweit genommen wird zurück zu einem neuen part samanmara wir hatten sich die ganze zeit vor augen direkt vor den augen und haben es nicht gesehen ich war blind wie ein maulwurf die sache ist eigentlich ganz einfach wir müssen hier zu diesem wir müssen immer hier mit diesen blauen kleinen dinge reden hallo 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 scheinbar ist niemand da andererseits waren sie treff und hakus trupp sei mir hat gesagt hat dieser hat rechtschall fehler ich solle ihr die blume bringen das ist das bringt ja ja hakus blume zu den gas machen wir jetzt übergeben wir mal die blume so hallo entschuldigung wo hast du dich her und bitte die blume hast du dich herr ich züchte sie auf meiner insel so eine blume solltest du gar nicht haben ich weiß aber sein mir woher kennst du sagen sie hat mich gebeten hierher zu kommen ich muss mit dir reden kind ich weiß nicht immer wer du bist verschwender und komme nicht zurück aber die blume egal dass ich nichts von ihr haben will und dass sie mich nicht mit alten änderungen erpressen kann dafür sind wir alle zu eins dass mich ausreden ich bin nicht auf diese freilassen in sie gezogen besucher zu unterhalten verschwindendlich und kommt nichts zurück ok ok ich schätze dass war es was das war es schon du sollst du nicht irgendwo anders sein das ist nicht irgendwo anders sein ich nervte jetzt so lange bis die mehr aufmacht okay das war ein schnelles so ein kurzes treffen etwas interessantes wird bald passieren das ist ja großartig müssen wir erstmal zu sagen mit zurück so schaut es aus da immer mal zeigen wie vielleicht hat trotzdem die am vielleicht hat den weiteren tipp den wir nicht verstehen womit wir mit der forscher reden können haben jetzt einen charakter gleich zu beginnen das war zu gehen wie der und so jetzt aus wir kommen ein bisschen voran in der story nachdem wir das letzte mal im letzten part ja ein bisschen reingeschissen haben kann man nur so sagen da mal ein bisschen was thema und mit zwei zwei charakter auf einmal na toll hey sei vorsichtig tut mir leid du bist traurig stimmt etwas nicht ich muss mit jemandem reden aber sie hat mich abgewiesen lasst mich nachdenken kannst niemanden zu etwas zwingen wenn er nein sagt aber es ist sehr wichtig warum sie ich weiß nicht sie kannte meine oma sie könnte mara helfen ich verstehe es ist deine mission genau in diesem fall ist es sehr wichtig weißt du wie man ein salat zu bereitet was hat das mit meiner mission zu tun und welchen salat eine person die auf einer insel wie dieser hier lebt ich finde dass sie nicht viel gemüse ist und gemüse ist wichtig ich kann dir beibringen wie man einen besonderen salat zubereitet mit aubergine wenn ihr den salat und schau einfach was passiert das recht mit schweiß und trank gewinnt manche des herzens moment mal wer bist du eigentlich ich bin teilnehmer ich glaube ich bin eine piratin zumindest sagen dass andere über mich ich bin koa schön ich kann es lernen ebenfalls wir sehen uns später um die sagen okay dann müssen wir aubergine anfertigen anpflanzen und ein salat damit machen versuche dünner ein salat nach timers rezept zu bringen okay also erst mal zur heimat insel und der aubergine anpflanzen das kino doch hin so ab in den norden wie es ausschaut aber zu unserer heimat insel und dann ist somit sagen wir noch reden vielleicht kann die man damit uns dann sagen wie wir hier weiter vorfahren können weil das hat jetzt uns uns die schon die neue der neue karte ja verraten anzeigen müssen wir nicht sowieso noch mal sprechen okay das ist erstmal bei der heimat in seinem gedankt ein neues hund ich glaube ich habe mein boot mal erst mal hier da müssen wir hier mal ein bisschen an pflanzen gehen und regimen irgendwann in den salen man pflanzen sprache sprachfähigkeit minus fünf so das können wir bestimmt jetzt hier schon tun auberginen samen es ist auch schwer für mich zu fühlen mich alten lesbner stutterer zu sprechen auberginen samen auberginen samen ach vergisst das es ist schweres wort für mich hier mal gerade eben gießen die samen dieser frucht so was denn das mangelaren interessante frucht können wir verspeisen salat müssen wir machen jetzt können wir schon mal gucken was wir dafür brauchen thema salat da brauchen wir hier haben wir und einen richtigen salat brauchen wir da brauchen wir salat und zwiebel zwei uberginen brauchen wir müssen erstmal noch salat und zwiebeln kaufen machen wir vielleicht noch mal wieder salat und zwiebeln hieß es und zwiebeln salat und zwiebeln salat und zwiebeln märz der zwerge salat und zwiebeln kaufen da muss ich mir ein bisschen hart und gut verkaufen dass ich mir das leisten kann weil ich bin pleite salat und zwiebeln 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 wenn wir das nicht bekommen das ab in den norden immer weiter nördlich die vulkanensee nage dann zum süden etwas großartiges wird bei passieren interessant über ein grund für mein boot vergrößert kann ich zu den restlichen inseln aufbrechen das wäre nicht schlecht das letzte kapitel der story angehen letzten enden das letzte drittel dieses abenteuer erkunden es wäre nicht schlecht wäre nicht verkehrt so wert salat und zwiebeln für mich du hast keinen salat und keine zwiebeln für mich salat und zwiebeln salat und zwiebeln da muss ich erstmal verkaufen erzbeeren zusammenblumen karotten ok was ist jetzt noch wertvoll was war zwei schlüsse können wir verkaufen vielleicht reicht das erst mal so sanat und zwiebeln es dürfte reichen oder mal salat und zwiebeln zweier reicht das auf jeden fall so und zurück zu insel nur deswegen sind wir hierher gekommen immer den salat und zwiebeln auch gleich mal anpflanzen eine tolle wurst jetzt stecke ich hier fest so lässt sich zum glück immer wieder ins kommen im feststecken so ab in den süden unsere inseln liegt es nach wie vor südlich von quenis müssen wir nur ein klein wenig schütteln ist nicht weit offene see und schon sind wir da dann lege ich mal diesmal richtig an an dem richtigen anleger am Kai am Kai Uwe so anpflanzen es wird wieder angepflanzt salatsamen salatsamen der zwei werden wohl reichen oder und hier zwiebelsamen damit können wir unseren salat machen den ganzen Acker hier belegt damit wir den salat machen es ist ein tröerer salat und wenn er uns am abenteuerwetter hilft dann soll es mir recht sein Dünner haben wir noch keinen hier kann ich nur Karotten, Samen anpflanzen wir breiten uns langsam aus die Kühltruhe macht so sollte man Welt wieder regnen das wäre nicht schlecht das wäre nicht verkehrt damit wir hier mal wieder Wasser haben jetzt muss ich damit hier nur noch rüber die Kühltruhe theoretisch kann man es schaffen damit alle Felder zu bewässern mit einem so jetzt muss ich nur noch schlafen hier so, nächster Tag und es regnet, das ist gut dann wechseln wir jetzt höchst dann haben wir wieder 5 dann wieder einen vollen Brunnen so schlafen überspringen die Tage einfach mal ist durch keine schlechte Idee ok Brunnen ist wieder voll 3 dreimal schlafen ne die sind auch nicht reif Saatköpfe sind reif ok das andere sollte ich vielleicht mal gießen gehts vielleicht schneller ok Essen für dich war dann Küken in der Nähe oder was das Fibeln kann ich noch nicht ernten jetzt kann ich hier mal ein bisschen Wasser drüber gießen damit das besser wächst so schlafen Nummer 4 kann ich ernten sieht noch nicht so aus doch da war doch was füttern das Fütterzeichen oder was ernten sehr gut geht mal weg Küken haut ab wir ernten geht mir weg laufen wir auch hinterher die machen das ernten ja ziemlich schwer ich will euch ja nicht mit der Herke begraben das ist ja schlecht hier das könnte ich bestimmt auch hier Salat den baue ich ja so jetzt brauche ich noch 2 Aubergine dann habe ich es einmal schlafen hier die sind aber groß geworden wusste gar nicht dass Aubergine Stauden so groß werden können tja wieder was dazu gelernt Senderspiel macht es falsch ja eigentlich die Korotten können wir auch mal nehmen okay dann können wir auch jetzt den Salat machen Teil Igma Salat sehr schön und dann zurück zur Insel zur Vulkaninsel und vielleicht noch ein bisschen Geld übrig um die Abkürzung zu nehmen wäre vielleicht nicht schlecht können wir so machen können wir den Gates Heils da mal ein bisschen dafür bezahlen 29 Schnellreise die mich hoch Scotty hier sind wir einige mal umsonst gefahren haben wir schon schon die hier die Schnellreise haben wir auch schon umsonst gemacht so spricht mal Hallo er hat uns schon freigestaltete Invento of and the little robot aha okay jetzt hat sie uns aufgemacht Hallo das Lat war eine gute Sache wer ist da ich bin das Kor das Mädchen von vorhin ich habe dir schon gesagt dass du verschwinden sollst es ist unhöflich so schluck zu sein hast du keine Manieren fast keine dann ist dies deine erste Lektion verschwinde ich habe dir einen Sanat uns gebracht was ein Sanat wenn ich ehrlich sein bin könnte ich wirklich ein Gemüse etwas Gemüse vertragen hier wächst fast nichts ich wollte ihn dir nur geben damit dann verschwinde ich es dauert nur einen Augenblick schon gut schon gut gibst du hier ganz alleine ich lebe hier mit all meinen Erfindungen und Kreation dieser kleine Roboter hier ist wirklich süß ist kein einfacher Roboter das ist Mats mein Freund was machst du hier warum hast du nach mir sucht Saimi hat mich geschickt Saimi ich glaube ich habe ihr ihre Stimme letzte Nacht über Funke gehört ich dachte ich würde diesen Namen nie wieder hören wie geht das ihr nun ja du sollst mal mit dir funken sie ist traurig und einsam ich verstehe es scheint als hätte sich die Dinge für uns beide nicht so gut entwickelt ich weiß nicht ich verstehe mich sehr gut mit Saimi auch wenn sie ein wenig streng ist ja Saimi mir war schon immer so fast wie meine Oma den ganzen Tag kriege ich zu hören was ich tun soll wie ich mich bedienen soll und so weiter ich glaube du kanntest meine Großmutter Yaya Haku Saimi sagt sie war deine Kapitänin deine Großmutter du bist Haku's Enkelin ich habe ihre Augen dann war das kein Scherz dieser Brief welcher Brief Kind du bist Haku's Enkelin und das sind deine Werkzeuge und von welchem Brief redest du denk nicht ab du bist keine richtige Matrosin wenn du so einen furchtbaren Hammer hast ich finde ihn gut genug gut genug reicht nicht komm erst zurück wenn du ein anständiges Werkzeug dabei hast das ist alles geh fahr zurück und verbessere deinen Hammer das hatten wir eh vor wir können was jetzt auch machen ja interessant zerstellen wir mal ihr Inventar frech wir nehmen bisschen Müll mit wir räumen mal bei dir auf ah ok können wir was kochen ein bisschen Salat sehr schön das ist seltsam ich weiß nicht wo die Wände aufhören und das Dach anfängt tja ich hatte es ja keine Wände alles ist das Dach ok also zurück nach Tredis und dann dort den Hammer verstärken lassen von der Schmiede so sieht es aus denke ich mal das wäre mal keine schlechte Idee einsteigen und los ja den Weg schaffen wir alleine müssen wir nicht nochmal bezahlen ja unsere Ausdauer Anzeigen unsere Nahrung wird auch langsam alle und den Tank auch müssen wir mal alles wieder aufladen gut schaffen wir heute hier viel mehr als im letzten Part einiges schaffen wir heute das ist doch großartig müssen wir ja wieder aufholen was wir im letzten Part vergelt haben müssen wir wiedergutmachen na wenn das keine wiedergutmachung ist dieser Part hier wenn das jetzt hier der letzten Part nicht wieder toppt dann weiß ich auch nicht dann kann ich auch nicht weiterhelfen jetzt müssen wir gleich erstmal bei der Heimatinsel sein müssen wir gleich erstmal zur Heimatinsel kommen und von dort aus geht es jetzt hier ja ganz genau geht es jetzt hier weiter nach Kredis das ist eine kleine Reise von Kredis und von der Heimatinsel bis zum ich sag schon bis zum Vulkaninsel hier ist ein bisschen aber es geht man muss nicht immer eine schnelle Reise machen es geht auch so können wir natürlich machen die mache ich auch bestimmt häufiger sparen wir ein bisschen Seefahrt muss ich muss nichts muss nicht ins Labern kommen muss jetzt hier nicht lange Geschichten erzählen während wir auf hoher See sind können wir das mal vermeiden können zum schmieden würde ich gehen oder die können unsere haben wir doch verstärken können wir uns zumindest sagen wie wir das machen können und was essen wäre auch nicht schlecht den Salat noch eine Erdbeere dazu Salat und Erdbeere als Nachspeise sehr schön damit keine Erdbeeren mehr egal Ab zur Schmiede die wird uns beim Hammer weiterhelfen wir können ja jetzt hier nicht wir können bei der Outpost nicht weitermachen ohne besseren Hammer ich hoffe die kann uns weiterhelfen sonst sind wir wieder aufgeschmissen bisher konnten wir das nicht vielleicht brauchten wir erstmal die Anweisung von dem neuen Charakter um hier was machen zu können ich liebe die Arbeiten der Schmiede aber ich wünschte mir ich würde nicht so schmutzig werden das ist schlecht spreche mit Dunna für den nächsten Auftrag da komme ich gerade her mit dem besseren Hammer Hammer können wir auch die Quest erledigen müssen wir vielleicht erstmal mit Saimi sprechen ok aber den Auftrag haben wir doch schon den Hammer zu verstärken ich muss jetzt nochmal zur Ansel ach du Schande oh wei gut sprechen wir erstmal mit Saimi sehr nett zu erledigen wenn du dich daneben benimmst ok mit dem müssen wir nicht sprechen also zurück zu Dunna und dann zurück nach Wien jetzt fahren wir einmal umsonst sind wir einmal umsonst hier und her gefahren zweimal so ein Blödsinn ich muss mir von ihr erstmal den Auftrag abholen oder was bevor ich hier den Hammer anfertigen kann hätte ich erstmal eine Questlog schauen müssen bevor ich Sachen mache Geld haben wir keins oder wie sieht es aus was soll die Abkürzung nehmen können schwarzer Vulkan oh geht umsonst natürlich ok da ist ein Küken egal Dunna komm mal zu dir Dunna was war das gerade für ein Black Screen ich hole mir mal hier die Quest ab eine Quest bitte aber ich verstehe überhaupt nichts mehr ich werde mit Akai reden müssen sprich mit Akai um den Hammer aufzubessern ich war ja noch gar nicht dort ach das war jetzt nötig oder was ich habe schon ein bisschen ich war schon ich war meiner Zeit ein wenig voraus sorry ich war schon bei Akai ich habe das schon ein bisschen vorweg genommen zurück nach Quilis also na dann auf zu Akai vielleicht können wir das jetzt können wir jetzt endlich mal den Hammer verbessern ja die Wege sind immer ein bisschen mühsam das ist halt hier so ein bisschen das Ding am Spiel dass du halt immer hin und her rennen musst und manches dass du halt nichts vorweg nehmen kannst also wenn du schon weißt ich muss da jetzt hin und muss das ich war ja schon da als du das dann nicht einfach sagen kannst dass du erst den Quest abholen musst es ist ein bisschen mühselig so intelligent ist das Spiel nicht dass es dann sieht ok du warst schon du hast den neuen Charakter schon kennengelernt welch weißt du schon dass du den Hammer verstärken musst hm ja es ist schon ein bisschen lästig wenn man jetzt zwei Fahrten umsonst machen muss ähm Akai könntest du mir bitte einen Gefallen tun was immer du möchtest klacken äh ich habe diesen Metallhammer ich möchte ihn aufbessern ich verstehe ich habe gerade keine Zeit wenn ich dir erkläre wie man das macht wirst du es auch allein hinbekommen ich glaube ja hier hast du eine Handlung für den Schmiedehammer wie ich ihn habe ach einen Schmiedehammer sehr toll stell einen Schmiedehammer her und bring ihn zu Donner ok ich hoffe ich brauche da nicht zu viele schwere Zutaten einen Schmiedehammer einen seltener Hammer brauchen wir Silberbarren und Metall brauchen wir eine Silberbarren haben wir noch gar nicht gefunden Silberbarren und Metall 5 Metall und 2 Silberbarren da können wir auch immer wieder nachgucken Silberbarren und Metall ja da müssen wir danach hin können wir hier was machen in der Werkstatt Silberbauen machen wir Rohsilber und wo kriegen wir Rohsilber her ok gucken wir mal wo wir Rohsilber herkriegen ah ich bin gefangen verdammt ähm das ist schlecht geschlossen nur geöffnet zwischen 9 und 17 Uhr hat sie mich nicht rechtzeitig raus gelassen Hilfe ja ähm haben wir nicht aufgepasst soviel dazu eine Schraube haben wir hier aha interessant ja gut wir haben ja Schlafsäcke mit dabei das ist ja Schlafsack schlafen wir einfach mal hier muss halt mal sein immer noch zu lasst mich hier raus verdammt geschlossen und geöffnet zwischen 9 und 17 Uhr geschlossen und geöffnet zwischen 9 und 17 Uhr gleich dieses 9 sehr schön ich musste hier die ganze Nacht schlafen das ist einfach zugemacht mich hier eingesperrt Freiheitsdieben ich muss jetzt hier Silber bauen Rohsilber oder Silber bauen muss ich bekommen ich kann mir irgendwo Rohsilber abbauen in der Mine könnte man das machen tja vielleicht irgendwo ansonsten auf den Markt ist nur Stein kein Rohsilber das wäre was ganz anderes ok Eisen haben wir gleich genug aber kein Rohsilber wo ging wir das dann her ist dann die große Frage das hier sieht schon soviel versprecht aus aber da ist kein Rohstoff oh doch da ist Silber dabei ein bisschen was war dabei ok ich muss mal was essen Karotte hab ich den Schlafsack mitgegessen die waren nur die Kirschen die ich dazu gegessen habe können wir hier über den Zaun natürlich können wir das nicht das haben wir jetzt schon das wir haben durch nur ein paar Rohsilber recht rechts aber 3 von 5 für eine Silber waren oder was Dünger können wir machen gar nicht schlecht wir brauchen noch ein bisschen Silber mal gucken wo es hier noch was gibt es zu abbauen das sind diese schillernden Steine die ich finden muss irgendwo gibt es hier bestimmt noch was wir müssen mal ein bisschen über die Insel rennen und ein bisschen nach Steinen suchen hier das zum Beispiel könnte es sein ja das sieht nicht schlecht aus ich glaube eins fehlt mir dann noch eins muss ich noch finden ok Essen haben wir jetzt genug Kupfer haben wir auch eigentlich suche ich nur noch diese leuchtenden Apfel ne einen leuchtenden Apfel suche ich nicht ein Bienennest ok hier sieht es dann doch sehr leer aus schon mal bei dem anderen Weg gibt es noch ein bisschen Kupfer sehr schön ich denke ich sollte mal kurz auf den Thema gucken wie es mit der Partling aussieht mein innere Uhr sagt mir das wir jetzt langsam mal oh ja ich muss den Part beenden dann sehen wir uns im nächsten Part wieder ich suche noch ein bisschen Rohsilber und dann gucken wir mal dass ich den nächsten Part den Hammer verbessere und dann haben wir ja jetzt in diesem Part ziemlich viel gemacht ziemlich viel erreicht im nächsten Part geht es dann weiter mit verbessertem Hammer in der Story da war auch schon ein bisschen Rohsilber das dürfte jetzt eigentlich schon fast reichen wenn ich richtig gezählt habe ja sehr gut eine Kirsche ich glaube ich nach oben das würde euch gefallen haben lasst ein Abo da wenn ihr seid und im nächsten Part nicht vergessen wollt von Samratenmacher ja wir sehen uns im nächsten Part wieder habt ihr noch einen angenehmen Fürstetag und haut da rein Ciao Ciao Mwah 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 Muah Mwah Untertitelung des ZDF, 2020